Hallo, ich heiße Lavinia Handelmann und schicke den Reporter auf Expedition Deutschland heute nach Schleswig-Holstein. Und zwar genau nach... Rathjensdorf. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen wunderschönen Ausgangspunkt für meine Expedition Deutschland. Hier nicht in Rathjensdorf, sondern bei Rathjensdorf. Wir stehen hier wieder auf einem Acker und Rehe und Wildschweine haben auch schon ihre Spuren hinterlassen. Und auch für mich ist das hier eine relativ schlammige Angelegenheit soweit. Aber nichtsdestotrotz, ich werde bestimmt jemanden finden, der mir etwas von seinem Leben erzählen kann. Der Weg ist erstmal das Ziel, ein vorfrühlingshafter Spaziergang über die Hügel rund um den Plöner See. Es ist eine der schönsten Regionen Schleswig-Holsteins. Rathjensdorf mit seinen knapp 500 Einwohnern liegt hinter dem Wäldchen und diesem Wohnwagen. Mal anklopfen. Oh, der schläft. Bevor wir uns zurückziehen können, sorgt der Hund drinnen für ein unsanftes Erwachen. Moin, Henna Hebenscheid, wir kommen vom ZDF und drehen hier ein Format, das nennt sich Expedition Deutschland. Und sollen hier ein bisschen rumlaufen, sind auf so einem Acker bei Rathjensdorf gestartet. Und jemanden suchen, der was Ausgefallenes macht. Und da dachte ich mir, wer zählt der denn hier freiwillig auf dem Acker? Wir sind hier von der Projektgruppe Seeadlerschutz. Die Seeadler fangen jetzt langsam wieder an zu brüten. Können Sie uns das mal zeigen? Ja, selbstverständlich kann man das zeigen. Kurt Fehrmann ist hier draußen auf Beobachtungsposten. Gut versteckt in dem angemalten Wohnwagen hat er eine Baumgruppe im Blick. Ein Seeadlerpaar hat sich hier niedergelassen und hat kurz vor unserer Ankunft Frühlingsgefühle ausgelebt. Das selten gewordene Wappentier Deutschlands sorgt also für Nachwuchs und Kurt Fehrmann hat den Moment miterlebt. Ein Glücksfall, denn er bleibt nur zehn Tage hier, dann kommt die Ablösung. Was ist jetzt Ihre Aufgabe? Was machen Sie? Also meine Aufgabe ist es eben nicht ja nur zu schlafen nach dem Mittagessen. Nein, nein, das nicht. Also wir notieren also immer alle 15 Minuten, was der Seeadler macht zum Beispiel. Und dann taucht das turtelnde Pärchen plötzlich auf, am Himmel über Rathjensdorf. Wir spielen jetzt im Moment gerade auch ein bisschen mit dem Wind, das ist ganz klar. Mit einer Spannweite von gut zweieinhalb Metern gleitet Deutschlands größter Greifvogel majestätisch durch die Lüfte. Klönen wir es natürlich, wenn die sich ein bisschen länger mal hier so ein bisschen aufhalten würden, dass man auch noch mal ein bisschen genauer gucken könnte. Aber denen gefallen tun uns die Tiere heute nicht. So sehen die Seeadler aus, wenn man mehr Glück hat und sie im Sommer beim Fischen beobachten kann. Zurück aufs noch nicht ganz frühlingsfrische Stoppelfeld, Kurt Fehrmann ist die Beobachtungsmission längst in Fleisch und Blut übergegangen. Außergewöhnlich möchte ich nicht sagen, denn es ist immer wieder etwas Neues, auch etwas Aufregendes, diese Adler zu beobachten, wie die natürlichen Abläufe in der Natur sind. Dass man das auch richtig verstehen kann. Wenn er hier draußen ist, lebt er ganz. Für die Seeadler weiß vieles über die Greifvögel zu berichten. Über sein Privatleben erzählt er nur spärlich. Was haben Sie früher hauptberuflich gemacht? Kabelmutter, Rücken schön kaputt gemacht und ja. Dann ging es nachher so langsam aber sicher eben woanders halt rein, weil Kabelbau war absolut überhaupt gar nicht mehr drin. Wegen Rücken? Wegen Rücken, ja. Ja, da hilft nichts. Das ist beim einen kommt es früher, beim anderen später. Das ist. Das muss man halt ganz realistisch sehen und so. Und so hat er die Kabelschächte getauscht gegen die frische Luft auf den Hügeln zwischen Rathjensdorf und Plön, wo die Seeadler ihre Kreise ziehen. Wenn er hier oben genug hat, dann erzählt er den Schulkindern von seinen Erlebnissen. Ich arbeite so in der Schule so als Unterrichtsassistent. Auch in Sachen Biologie ist ganz klar. Und ja, mit den Kids rausgehen, erklären, was halt wozu und warum. Und das ist an und für sich, was ich auch sehr gerne mag. Seit 25 Jahren schon kommt er regelmäßig hier hin. Manchmal, so sagt er, begleitet ihn seine Frau. Diesmal ist er alleine mit Hund Bobby. Den hält er an der kurzen Leine, denn der treue Begleiter passt durchaus ins Beuteschema der Seeadler. Seine Wochen zwischen Winter und Frühling hier draußen sind auch Wochen der Reise zu sich selbst. Man freut sich zwar auch, wenn man wieder nach Hause kommt, das ist ganz klar. Aber ebenso gesagt, es ist, ja, es ist einfach, ja, man kann irgendwie aus sich rausgehen. Man hat keine derartigen Verpflichtungen oder sonst irgendwas. Wenn man los will, dann geht man los. Und wenn man zurückkommt, kommt man halt wieder zurück. Und das ist das, was natürlich auch im Leben zählt oder Leben zählen soll, dass man diese Zeit tatsächlich auch hat. Ja, und ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Viel Erfolg noch. Ja, danke. Und passen Sie gut auf die Tiere auf. Ja, machen wir auf jeden Fall. Okay. Tschüss. Grüßing. Kurt Fährmann, der Beobachter der Seeadler. Das ist die Geschichte von meiner Expedition nach Rathjensdorf. Tschüss.